Was ist dir wichtig? Was möchtest du deinen Söhnen mit auf den Weg geben und natürlich auch den anderen Kinder deiner Patchwork-Familie? Du kannst mich jetzt altmodisch nennen, aber ich glaube, ich bin sicher ein Mensch, der einfach so die ganz einfachen Sachen wichtig ist, wie zum Beispiel, dass man Grüezi und Adieu sagen kann, dass man die Hand richtig drückt, wenn man jemandem begegnet, da nicht irgendwie den tote Fisch macht, sondern wirklich so ein bisschen einen Händedruck auch übergibt, das sieht schon sehr viel aus, dass man auch Danken sagen kann im richtigen Moment, wenn es nötig ist. Und insgesamt finde ich, die Kinder sollen einfach mit einer Neugier und einer grossen Offenheit das Leben gehen. Ich finde auch wichtig, dass sie lernen, zu vertrauen. Das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, das Urvertrauen. Als Beispiel, wenn du jetzt noch einmal dorthin stehst und du lässt dich einfach hinteren fallen und du weißt, dass hinten da jemand steht, der dich auffängt. Das ist so für mich das typische Beispiel. Das ist auch ein Spiel, in dem ich mit meinen Buben jemanden gespielt habe, dass sie es einfach fallen lassen können und sie wissen, dass jemand hinten dran steht und sie hält, dass sie einfach nicht am Boden fallen und sich wehtun. Und ich glaube, das ist für die Zukunft, für private Beziehungen, aber auch für Geschäftsbeziehungen eigentlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Und auch noch ein weiterer Punkt, wo ich mir wünsche, dass meine Buben das lernen oder arbeiten irgendwann, dass sie erkennen können, im Leben, wenn etwas fair oder unfair ist, dass sie erkennen können, wenn jemand zum Beispiel ungerecht behandelt wird oder dass sie merken, dass man mit Empathie muss auf die Leute zugehen. Also ganz klassische und vielleicht zum Teil auch ein bisschen romantische Werte, die ich da vertreten darf. Aber ja, ich finde, den nötigen Respekt vor der Hand haben ist auch noch so etwas. Das ist wirklich extrem wichtig fürs ganze Leben, habe ich das Gefühl. Super. Merci vielmals. Danke vielmals. Noch einmal herzlich willkommen. Danke. Guten Start. Danke.